Heute zocke ich für euch Rival Knights. Wir fangen einfach mal an. Von Gameloft ist das Spiel. Ist ja mal geil. Der Vorspann, den finde ich grafisch schon mal ganz gut. Rival Knights, hier sind wir. Los jetzt. Sebastian. Gut. Gucken wir uns jetzt mal das Umfeld hier an. Bin ich das jetzt? Berühre jetzt den Bildschirm um den Startbonus zu halten. Perfekter Start. Perfekter Bereich. Alter, das ist ja geil, der macht. Das finde ich echt cool. Probiert gleich nochmal im nächsten Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Gute Abschluss. Ein ordentliches Tempo ist auch wichtig. Und viel Kraft in seiner Lanze. Aber das war nicht so toll. Das kann ich noch ein bisschen steigern. Da war der besser. Na ja, auf jeden Fall gewonnen. Coole Sache. Aha, mindestens zwei Kategorien. Die nächste Kategorie zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.